Liebe Freunde, ich weiß ja, was ihr jetzt denkt. Aber Sef, ich habe doch schon deinen Merch. Was interessiert mich überhaupt, was du willst? Warum schlägt mir YouTube ständig deine Videos vor? Es ist völlig egal, was ich gemacht habe. Es ist überhaupt kein Grund. Aber was wir haben, ja, das ist special, Leute. Dankeschön fürs Haarerwaschen. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei. Aha! Das ist das Motto des heutigen Videos. Ich bin nämlich letztens mal wieder durch die Kommentarspalte geglitten. Zum Jajaja. Um eure nervigen, liebgemeinten, lieben Vorschläge zu beliebäugeln. Na klar. Und ich dachte mir ja so, in einer der letzten Episoden... Ah, FNAF. Türen. Kameras. Einfach der Hammer. Irgendwann sieht man dann die ersten zwei Animatronics. Die sollen sie wegsperren, alle Bäder. Und wenn man dann spätestens bis nach vier seinen Knackarsch breit gesessen hat, schaffen sie es vielleicht mal, irgendwann durch die Türe zu kommen und mich die Verwüstung anzurichten. Und die Seniorinnen gerannt ins Haus. Und dann gehen alle entspannt nach Hause, hauen sich eine Packung Neurexan und eine Flasche Weißwein in den Hals. Jägermeister! Und dann steht man morgens auf und denkt sich... Na, FNAF. Türen. Kameras. Dann kommen die Kameras, dann kommen die Türen, dann kommen die Animatronics, dann die Verwüstung und dann der Suizid. Aber Gott sei Dank habe ich da so ein paar Kommentare aufgelesen, ne? Wo behauptet wurde, dass ich mal Five Nights at Candy's 3 auschecken sollte, weil das ja ein völlig neues Konzept hat. Und lasst mich dazu einfach mal Folgendes sagen. Holy freaking what? I doubt it. Lassen wir uns doch mal überraschen. Ich erinnere mich daran, was du getan hast. Ich gebe es zu. Ich habe mein Brokkoli nicht aufgegessen. Ja, was soll ich denn getan haben, Mann? Sie werden nie den Tag vergessen, an dem sie meinen Kopf abbeißen wollen und ich, dreist wie ich nun mal war, die Türe geschlossen habe. Das scheint euch Jungs echt mitgenommen zu haben, oder? Sie erinnern sich auch. Ja, sag ich doch. Das ist alles wegen dir passiert. Was meinst du, als dein Nasenbein unglücklicherweise das Metalltor geküsst hat? Du kannst es niemandem erzählen. Ach, weißt du... Ich glaube, ich kann. Ich meine, warum würdest du? Tja, ich meine, warum würde ich, hä? Es ist deine Schuld. Technisch gesehen, die der Tür, aber gut. Alles. Ja, ich meine, was willst du tun? Schlag mich doch. Das war deine Chance. Du hast es verkackt, mein lieber Freund. Hallöchen, Leute. Emil hat uns mal wieder mit einem wunderbaren Spieleerlebnis beglückt. Ich starte dann also ein neues Spiel. Five Nights at Roman, oder was? Man kann sich unterhalten. Wie fühlst du dich heute? Naja. Das ist schon zwei Wochen her. Weiß ich nicht. Das war eine sehr traumatische Erfahrung. Jeden Tag saufen. Aber glücklicherweise wurde dein Bruder nicht ernsthaft verletzt. Wie jetzt glücklicherweise? Ruf dir ins Gedächtnis. Sie sind nicht real. Sie sind nur Maschinen. Oh, stimmt. Maschinen. Dann können sie gar nicht real sein, nicht wahr? Nein. Sie sind nicht in der Lage, jemanden zu verletzen. I doubt it. Was passiert ist, war nur ein Unfall. Ja, das sagen sie alle. War einfach nur kaputt. Aber jetzt ist es okay. Du bist sicher hier. Mann, jetzt lauern wir mich nicht voll, Alter. Ich habe diese Albträume von diesen Monstern. Ich muss den Monstern entgegentreten. Verstehst du? Nein. Ich möchte bitte alles nochmal von vorne hören. Da wünscht man sich doch glatt einen Teller voller Brokkoli. Was ist das denn? Oh, ey, ey, ey. Willst du nicht mal Hallo sagen? Ich bin die Origami-Katze. Denk mich am Arsch, Origami-Katze. Du träumst. Das ist dein altes Zimmer, bevor du umgezogen bist. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Zimmer. Aber irgendwie erinnerst du dich gerade nicht richtig. Du hattest sehr viele Albträume in letzter Zeit, nicht wahr? Och, weißt du. Deswegen bin ich hier. Oh, danke, Origami-Katze. Ich habe ein paar Tricks, mit denen du die Monster bekämpfen kannst. Erinnerst du dich noch vor ein paar Jahren? Ich erinnere mich, verdammt nochmal, an meinen Vater in den Theater. Die Albträume der Brokkoli. Denn Dad hat dir einen Kassettenspieler gegeben. Mit einer Kassette. Die ruhige Musik spielte, dass du einschlafen konntest. Ich glaube, das würde dir jetzt auch helfen. Und die Monster, die hassen Licht. Also, solltest du eine Taschenlampe mitnehmen. Achso, sie sind unter deinem Bett. Du solltest zuhören, ob sie da sind. In diesem Falle, guck unter das Bett, um nachzusehen, auf welcher Seite sie sind. Dann leg dich wieder hin und guck genau in die entgegengesetzte Richtung. Was ist das denn für ein Trick, Alter? Keiner kann nicht sehen. Wenn ich ihnen den Rücken zeige, wird sie das unter dem Bett hervorlocken. Aha. Höre gut zu, bis sie rauskommen und dann sollte ich mich wieder umdrehen zur entgegengesetzten Seite des Raumes und ihnen dann das Licht in die Fresse schießen. Such den Kassettenspieler. Ich bin da, falls du Hilfe brauchst. Das ist bezweifle. Das ist der Deep Escape, wo deine tiefsten Erinnerungen sind. Das hat immerhin eine krasse Story hier, ne? Wieso soll ich nicht Angst davor haben, von dem Pfad ein bisschen runter zu gehen? Aber zu weit weg gehen. Irgendwann wächst da manzhoch Brokkoli. Was passiert denn dann? Ich möchte es wissen, bitte. Oh. Äh. Okay. Bye. Ist gar nicht so fnaffig, wie ich gedacht hab hier. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist der Kassettenspieler, oder? Hey. Hab ich jetzt gewonnen? Kommt jetzt Five Nights at Candy's 4? Was ist das hier? Oh, ein Spiel. Nice. Ah, der Tape-Player hilft mir dabei, dass die Nächte schneller vorbeigehen. Natürlich, wenn man einschläft. Play, Stop and Rewind. Aber Pause und Vorspulenknopf sind kaputt. Aber die helfen mir sowieso nicht. Alter, dein Maul. Wenn ich Play drücke, dann schlafe ich wahrscheinlich ein. Wenn ich Stop drücke, dann wache ich wahrscheinlich wieder auf. Und wenn ich schlafe, bin ich wahrscheinlich verwundbar für die Animatronics, oder? Ja, ich muss das immer wieder zurückspulen. Okay. Ach so. Hier muss ich das Level starten. Willst du mich verarschen, Alter? Wie ich da jetzt eine halbe Stunde rumgerannt bin. Meine Güte. Oh. Oder die Waldfee? Äh, what the heck? Okay, ich soll den Tape-Player benutzen. Dann geht die Zeit zweimal so schnell vorbei. Boah, warte mal, Alter. Ui, 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 ui. Und dann? Moment mal, ich bin jetzt hier auf dem Bett. Ich muss mich erst mal orientieren. Na, guck mal, hier kann ich unterm Bett nachschauen. Ist hier irgendwer? Nein, ist er nicht. Und wenn, dann muss ich auf die gegenüberliegende Seite, wo... Wo... Was? Ich muss dann einfach zur gegenüberliegenden Seite schauen, oder? Also, wenn die da drüben sind... Oh, ganz da drüben, dann muss ich hier lang schauen, oder? Und dann muss ich... Was denn? Was denn? Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich hätte diesen Tape-Player spielen müssen, oder? Und dann? Äh... Also, ich meine, das wurde erklärt. Ihr habt das alles verstanden. Aber ich weiß nicht, wie ich das ins Game transferieren soll. Das Leihaut überfordert mich ja jetzt gerade so ein bisschen. Okay, wenn ich den benutze... Dann müsste ich eigentlich schlafen, oder? Wahrscheinlich muss ich jetzt zuhören, bis sich irgendwo was in meinem Zimmer bewegt. Boah, da bin ich aber nervös, ey. Boah! Was ist das, Alter? Warte mal, kann ich die Tür da nicht zumachen? Alter, das macht mich... Hier, was gehört. Das macht mich mega paranoid. Warte mal, ich gucke mal in das Bett. Ist da irgendwer? Man muss halt auch echt mal die Geräusche lernen. Nee, hier ist keiner. Die Zeit vergeht zweimal zu sch... Ich weiß nicht, was ich dann tun soll. Einfach weggucken bringt aber auch nichts. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ach so! Ach so! Ich dachte, das wäre instant. Der weicht dem Licht immer aus. Ich sehe. Mein Gott, ey. Brokkoli, das Spiel, also. Sind in der ersten Nacht überhaupt schon irgendwelche Typen unter meinem Bett, oder? Warte, warte, warte. Wo? Wo, 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 wo? Ah, ich habe was gehört. Was war denn das? Oh! Da war so ein spooky Sound. Warte. Oh. Hallo? Oh, oh. Ich müsste jetzt den Tape-Rekorder hier zurücksetzen, ne? Boah, Alter. Ah! Okay, ins Gesicht. Ins Gesicht. Zack. 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 Mann, hört denn der auf? Zum Fluchten-Teufel, Alter! Was? Hi! Die entgegengesetzte Richtung zu dem... Ähm, warte mal. Ich gucke nach da. Pst, 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 pst. Ah! Ich vercheck das nicht, Alter! Was? Was? Warte mal. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ich kann nur die Maus links und rechts bewegen. Das war doch die gegenüberliegende Seite. Aber wenn ich so runtergucke, nach da... Da muss ich nach da gucken. Da ist er gewesen. Das war das Geräusch. Der ist im Schrank. Okay, aber macht das irgendwas? Ich weiß nicht, gibt mir das ein Hinweis über seinen Aufenthaltsort? Kann er entweder da an der Tür sein oder hier? Ich weiß nicht. Ich meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich hier eine dieser drei Locations ist der immer, oder? Okay, ich glaube, ich weiß das. Ja, jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen den Hintern offen, weil ich das Tape zurückspulen muss. Muss ich den immer finden? Kann er auch durch die Dimensionen reisen? Boah, ich habe keinen Plan. Ich bin nervös. Der muss ja auf jeden Fall... Oh, da war er. Der wäre fast reingekommen. I see. Das Ziel ist, dass er wieder aus dem Bett hervorkommt, wollte ich sagen. Gibt es hier noch irgendwo eine Richtung, wo er herkommen kann? Boah, ich habe Angst. Hilfe. Das Spiel macht mich fertig ein bisschen. Das ist halt echt... Das ist halt echt gar nicht so dumm, ne? Okay, warte mal. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich spielen. Komm. Ja, woll. Okay, okay, okay. Das ist noch nicht aufgegangen. Das heißt, der Schrank oder... Also, der Schrank ist aber auch nicht zu. Irgendwer klopft. War das im Haus oder war das im Spiel? Ah! Okay, der ist rein. Das Ding ist, wenn der jetzt unter das Bett geht, bin ich halt wieder vollkommen überfordert. Oh, verdammt normal. Okay, gut. Warte mal. Warte, 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 warte. Und das Bett gucken. Da ist er. Das heißt... In die entgegengesetzte Richtung gucken. Jetzt mal die Seite, weil... Schnell, 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 rum, rum, rum. Okay. Okay. Ach so. Ich war halt einfach bloß mit den Richtungen falsch, ne? Es macht halt irgendwie nicht so richtig Sinn. Das ist nicht die gegenüberliegende Seite. Also nicht... Zu dem ich meinen Rücken kehre. Rein räumlich gesehen. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir es jetzt rausgefunden. Meine Güte, Alter. Das ist aber interessant. Danke für diesen Vorschlag. Danke an alle Leute, die das gebracht haben. Weil das ist mal was Neues, ja? Das ist halt mal irgendwie... Weiß ich nicht. Ein bisschen was aufregend. Das muss man erst mal lernen hier gemeinsam. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich. Ich hab das schon bei tausend anderen YouTubern gesehen. Das Spiel ist zwei Jahre alt. Von daher... Komm mal. Okay, ich muss den Tape leer. Okay, da war er im Schrank. Ich muss ihn halt möglichst lange aus dem Raum halten. Das ist wichtig. Aber das habt ihr auch schon begriffen. Es ist erst um zwei. Das ist nicht besonders gut. Richtig? Aber die Geräusche sind relativ eindeutig. Das kann man eigentlich nicht... Irgendwie versauen. Wenn man gut zuhört. Da war er wieder. Er war kurz davor, wieder reinzukommen. Darf mich halt echt nicht lange aufhalten. Am besten muss ich hier den... Den guten alten Nackensimulator machen. Welchem Spiel hat man denn das, ey? Wo ich immer so hin und her schwenken musste. Das war bei Boogieman, ne? Oh mein Gott. Das hätte ich nie in VR spielen können. Nein, da hätten sie mich abgeholt irgendwie. Und eingeäschert. Das denke ich sowieso manchmal, dass das besser wäre. Wo ist er? Okay. Tape-Rekorder. Zurückspulen schon mal. Uh, der kommt gleich, ne? Das Klopfen ist immer so ein Ding. Da habe ich ihn nochmal aufgehalten. Ich hoffe, das bringt was. Ich bin bei um drei. So weit war ich noch nie. Ich meine, das ist erst die erste Nacht. Wir dürfen uns noch nicht rühmen. Wobei, doch, wir haben das Spiel kapiert. Das ist ja schon mal was. Und wer FNAF-Spiele kennt, der weiß, dass die immer darauf ausgelegt sind, dass man halt einfach ein paar Mal verreckt, bis man hier alles begreift. Okay, das ging super. Play, 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 play. Wenn er jetzt durchläuft, ey. Gut. Dass wir nochmal die Gelegenheit hatten, bevor er hier reinkommt. Die Locations, der kommt bestimmt nicht von da. Der kommt immer bloß von da oder aus dem Schrank. Die späteren Nächte, die werden ihn wahrscheinlich da hinten irgendwie hinbringen, oder? Und da werden hier vielleicht noch ein paar Sachen dazukommen. Hier vielleicht das Fenster oder sowas. Denke ich mal. Ich weiß es halt nicht. Aber es wird auf jeden Fall Sinn machen. Wir haben es jetzt bestimmt gleich um vier. Der ist hier drin. Oh Gott. Von wegen, Alter. Oder ich habe halt irgendwas übersehen. Komm, 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 komm. Ein Halbtraum, Alter. Okay. Unterbett. Wo ist er? Da ist er nicht. Okay. Jetzt die andere Richtung. Jetzt halt die Richtung, hä? Okay. Pssst, 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 pssst. Pssst, 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 pssst. Wow, Alter. Wow. Okay, bye. See ya. Alter, der versucht das aber auch einfach ein paar Tage hintereinander, ne? Der ist halt nicht zu bändigen. Der ist halt voll aufgeregt, Alter. Was der mit kleinen Mädchen hat, möchte ich mal wissen. Wer weiß, wer da unter der Maske steckt, hä? Oh, da ist er. Okay, alles klar. Tep ist am zurückspulen. Wir haben es um fünf. Wir müssen, naja, vielleicht noch nicht ganz bei der Hälfte sein. Oh, da hab ich ihn gesehen. Der kommt vielleicht auch da erst um fünf her, ne? Moment mal. Der müsste gleich wieder auftauchen. Eine Runde noch haben wir, glaub ich. Schätze ich mal, so rein zeittechnisch. Werden wir ihn jetzt nicht hier immer aufhalten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der sowieso irgendwann hier reinkommt. Und es reicht halt nicht, wenn man da einfach kurz mit der Lampe drüber fährt, so im Vorbeiswischen. Man muss den richtig anleuchten. Ins Gesicht. Das hat er eigentlich hier ganz gut gemacht, der kleine liebe Emil. Von da kommt's. Das ist das Klopfen, der kündigt sich an. Wieso hab ich denn das nicht gesehen? Es ist bestimmt gleich um sechs, Leute. Hi, ich darf jetzt nicht verlieren, ne? Oh, ho, 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 ho. Wunder Märchen. Du seid zum Aufstehen. Ich hab kein Auge zugemacht. Trotz deines super-duper-Tapes. Was sagst du denn jetzt, Origami-Katze? Verdammt nochmal Hi, grüß dich Ich liebe dieses Theater Meine Familie kommt hier schon seit Monaten her Du solltest dir echt ein Hobby suchen Das Theater, wo ich irgendwie immer mit meinem Vater war Das haben die zum Anfang erzählt Ich bin die Ratte Schön dich zu treffen Halt dein Maul, Ratte Die Show fängt in ein paar Minuten an Willst du Verstecken spielen? Nein, das macht keinen Spaß mit dir Komm zurück, wenn du deine Meinung änderst Ja Bis später, Ratte Diese Arcade Games sind so langweilig Ja, vielleicht solltest du Seppvideos schauen Ich hab die Ratte gefragt, ob wir ein paar neue bald bekommen könnten Aber dann wurde er ein bisschen ärgerlich Das ist ein richtiger Arsch Ach, was du nicht sagst Kommt ja auch in dein Schlafzimmer nachts Wir sollten uns zusammentun vielleicht Wir sollten einfach beide Taschenlampen Stellt euch vor, fünf Kinder sitzen auf dem Bett Und leuchten in alle Richtungen Ha, ha, ha Unzerstörmer, Alter Wir machen daraus das richtige Furten Nox, ey Ja gut, ich muss mit ihm Verstecke spielen, ne Also ich verstecke mich Und ich soll dann da Er zählt bis 100 Okay Ich vertraue dem nicht, Alter Jikes Warte, 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 warte Okay Halt echt jetzt, ne? Also, spielen wir? Warte, 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 warte Okay, wo kann ich mich verstecken? Äh, irgendwie hinter diesem, hinter diesem Stuhl? Ist ja ein gutes Versteck? Was weiß ich? Oh! Ah, im Schrank I see Der wäre gar nicht gekommen, ne? Oh, das ist cool Okay, gut Wow Ich dachte, das wäre cool Aber Nein Das hat jetzt nicht so besonders Spaß gemacht Nice, liebe Freunde Ja, cool gemacht Auf jeden Fall Sehr interessant Sehr neu Ich bin gespannt drauf Was so das zweite Level bringt Wie intens das da wird Und was auch immer mit diesen Traum Zwischensequenzen ist Wo wir ein bisschen so die Geschichte erfahren Ich meine Das ist alles prinzipiell jetzt nicht unbedingt was Neues Aber es ist Abwechslung Wie ihr das findet Könnt ihr mir gerne unten dalassen Würde mich riesig freuen Und ein Abo Falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt Falls ihr die nächste Folge sehen wollt Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Und dann weiß ich Bescheid Bis dann Und danke schön fürs Zuschauen Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei Wenn es wieder heißt Therapie machen und dann raus aus Kürzen Wie viel je Bis dann 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 Untertitelung. BR 2018